Das Begeisternde für mich ist, dass wir, als wir uns vor anderthalb Jahren auf den Weg gemacht haben, eine Vision entwickelt haben. Eine Vision, wie unsere Fabrik der Zukunft aussehen soll. Die Gesellschaft verändert sich, wir verändern uns mit einem Produkt. Warum nicht jetzt? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, diese Vision auch in die Realität umzusetzen. Mit mehr Digitalisierung, neuen Technologien, die kommen, ist ja jedes Mal auch ein Umdenken erforderlich. Wir haben eine Erfahrung im Fahrzeugbau, was Verbrennermotoren betrifft. Und 50 Prozent von unserer Erfahrung ist weg. Die gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, alles worauf wir Entscheidungen bisher getroffen haben, müssen wir neu erlernen. Und so haben wir eine Qualifizierungsoffensive für unsere Mitarbeiter gestartet. Wir wollen damit all unsere Mitarbeiter darin beteiligen, sodass sie auch motiviert und inspiriert sind, um zusammen diese Zukunft anzugehen. Das ist für uns wichtig, dass jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin dieses Gefühl hat, dass wir sie mitnehmen, zuhören, verstehen und wir bringen sie dann mit den Führungskräften gemeinsam zum Ziel. Am Ende des Tages erwarten wir sehr viel von unseren Mitarbeitern im Sinne von neuen Prozessen, neuen Abläufen, neuen Technologien. Aber es ist die Rolle von den Führungskräften, den Mitarbeitern dabei zu unterstützen. Und dazu gehört auch das Coaching unserer Führungskräfte, die ihre Persönlichkeit stärken sollen. Desto sicherer unsere Führungskräfte sind, umso besser werden sie sich in ihre Führungsrolle versetzen und ihr Team über diese schwierige Transformationszeit leiten. Also wir haben natürlich dieses digitale Format auch gewählt, weil es sich ja sehr gut in das Produktionsgeschehen einbauen lässt. Es ist flexibel, es ist zeitgemäß, es ist digital, aber trotzdem ist es ja doch individualisiert auf die einzelne Führungskraft. Das finde ich eigentlich das Schöne an diesem Angebot. Von dem Coaching verspreche ich mir eine Unterstützung, mich persönlich zu festigen und wachsam zu bleiben, dass keiner der Mitarbeitenden sich selbst verliert, sondern ihn mit aufzufangen, zur richtigen Zeit mit aufzufangen, weil nur gemeinsam können wir diese Transformation gestalten. Ich denke, wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu leistet, werden wir gemeinschaftlich als Team diese Herausforderungen meistern. Wir reihen uns in die Geschichte ein von Henry Ford, der ja auch ein Transformator war und das schon vor über 100 Jahren, der die Automobilindustrie revolutioniert hat. Und in den Fußstapfen werden wir jetzt die größte Transformation unserer Firmengeschichte machen.